Bestimmt hier auf dem Dach, oder? Ja, hab ich auch gedacht. Ich bin nicht. Oh, da oben! Oh, ich hab grad gesehen, Alter. Also einmal hier Haus hoch. Oh, die schießen! Warum schießen die? Boah, Alter, uauauauauauauauauauauau. Lassen mir irgendwie keine Energie fallen! Was soll denn das?! W birthday, wir lassen die alle Energie fallen. Ich bin tot. Wea, födte Kupp! Ja, die ist Dreieck drücken, glaube ich. Was? Gleich wieder voll. Äh, äh, waffe, 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 waffe. Und jetzt liegen hier Energiepunkte rum. Blöse, jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Nächste. Wieder so einen Großen. Da kommen wieder so einen Riesen-Motz. Toll, Alter. Da nehmen wir ein Schild. Hier kommen wieder diese Dinger, die... Warte mal auf zu schießen, Mensch. Wurde hin? Huh? Oh no? Fuck. Stimmt. Ja, ich habe einen kaputt gehauen, aber irgendwie dann doch nicht. Hä? Ich werde deinen Bullo stehen. Kaputt gehauen. So. Komm. Ja, geschafft. Toole Session. Alter. Ich sehe dich da rumlaufen. So. Ich auch wieder. Ich soll abwärts kaufen, sagt er. Ich muss, ich werde gezwungen. Ich kann wirklich deine Hilfe benutzen. Stopp und ich werde dir die Details geben. Toll, der sagt mir, ist ja wirklich hoch. Kannst du mir ja gar nicht leisten, weil sie so teuer sind. Pff, hast du die Mission auch? Mühe. Angenommen? Ja. Du musst ja... Ja, ich soll das Select drücken. Dann kann ich bis Weihnachten Select drücken. Ich muss extra in das Auftragsmenü. So. Apropos, ich habe wieder Kohle auf der Bank. So. wieder vier tausend ich wünsche nur weg Ich bin da, achso, ist da was? Einbrenning Ui Gibt's hier noch eine neue Superkraft Ich hab ne Idee Vielleicht klappt's ja Welchen Ideen hast du? Ja, das war nicht so gut Wo ist der Typ hin? Alter Ich glaub die Waffe bringt gar nichts Wo ist denn der Typ? Alter, der Typ, der hat irgendwie nen Schutz oder so Jetzt nicht mehr Mussten brennen Mussten die brennendings nehmen Siehste? Die wird immer nicht sichtbar Das Ding ist, das dauert ewig bis sich das upfüllt Ach toll, ich schieß und in dem Moment haut er ab Nein Der bescheißt Ich hab voll drauf gezielt und sie tut es hinten rein Ich nicht Also die Dubstep Gun Die ist beschissen gegen den Funktioniert Was? Einer schießt mit Feuer drauf und der andere Ball hat drauf Funktioniert Funktioniert Bis dahin Bis dahin Boah, ey Nice Im Toil, der Moment verwandelt sie sich wieder Das ist kaputt Boah, ist doch gut Boah, immer auf mich, was sollen das? Yeah Du musst hier hinten, du musst dem Typen hin, komm her Ich bin doch toll, er schafft doch schon lange Ich bin doch in dem Typ drin No, der sagte mal, ich soll R1 Boah, was ist denn bei mir? 0 Ist das irgendwie Aber das ist denn eine Superkraft? Nö, was ist denn eine? Ich dachte, wenn man so ein Vieh macht Doch, nein Superkraft Gibt mir irgendwas, wenn so ein scheiß Tutorial kommt Dann müssen wir wieder raus aus der Realität, in die Realität, würde ich sagen Rein Boah So Unten Irgendwie da habe ich auch gedacht Ach hier! Wind, Wind, Giste! Ich finde den Typ nicht! Na komm zu mir! Ach hier so! Bei mir hängt die Tussi hier! Mit der flirte ich jetzt! Hey Kinsey, willst du f***en? Gevögeln! Oh, jetzt hat er noch gefögelt! Du standst aber auch da, das sieht komisch aus! Alter! Noch mal! Du musst schon warten bis ich es will! Du musst schon warten bis ich es will! Du musst in einer stabilen Umgebung arbeiten, aus der Simulation. Es gibt mehrere Dinge, die du rund der Brixen tun kannst, damit ich es umsetzen kann. Auch, ich sollte einen Upgrade für deinen Blast mit diesem. Natürlich, warum nicht? Für eine superiorer Intelligenz, diese Wirkung muss mit dem Lowest Bitter werden. Warten bis ich es will! Ich will aber! Was auch so wollen! Das ist doch eigentlich ganz einfach, oder? Für eine superiorer Intelligenz, diese Wirkung muss mit dem Lowest Bitter werden. Lade den Virus hoch! Scheiße, wo ist jetzt die scheiß Treppettchen wieder hin? Ah, hier! So! Ich dachte, wir müssen Simulation verlassen! Steht hier! Wo bist du, Onkel? Was machst du? Simulation verlassen! Weil er in dem Ding da drin sitzt, immer noch! Ja, natürlich! Ich bin ja jetzt auch in der Simulation! Ich bin ja nicht wirklich von dem Raumschiff weg! Was jetzt? Ich hab jetzt hier wieder Warp-Sprungen hier! Irgendwelche Wellen muss ich jetzt hier auch noch! Was ist der Schwach? Killed! Killed! Ich hab's ganz einfach gesagt! Die Schiffe! Iбо ich der Schlüssel! ich soll das machen wenn die auf mich schießen schießen sich ja gegenseitig alle ab hier ich geh halt Geld und so zähl ich rum ist das überhaupt Geld? ja was ist das? Ich bin schon drin. Ich bin dann wieder hingelatscht und dann sollte ich direkt hacken. Okay, also brauche ich zuerst das da. Da habe ich ein Problem. Ich habe nur Striche. Ich kann nicht mehr hacken. Ich habe nur noch Striche jetzt. Scheiße. Ich kann nicht mehr hacken. So, ich habe es gehackt. Ich kann es rausgehen. Wie denn? Ich bin jetzt zurück zum Titelbildschirm. Ich kann nicht starten. Steht doch im Heck drin. Steht doch nur, löschen, Auswahl, verschieben, neu, scrollen. Warte, dann mache ich halt mal. Ich muss nur noch 10 Sekunden warten. Das ist eh automatisch. Oder so. Ja. Der nächste.